Der Ball ist deswegen was Besonderes, weil er von uns sozusagen ein Dankeschön Ball ist. Wir sagen mit diesem Burgball jetzt Dankeschön an die Leute, dass sie an uns glauben, dass sie uns unterstützt haben die ganze Zeit und dass wir jetzt einfach wirklich weitermachen können mit dem, was uns Spaß macht. Wir haben dem Ball dieses Jahr unseren Teilnehmern geschenkt. Hier steht Freudigkeit, Geselligkeit, einfach ein entspanntes Zusammensein im Vordergrund in einer superschönen Atmosphäre. Wir haben mehr oder weniger allen gedankt, wir können trotzdem nicht allen danken. Es war sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wertvoll. Aber trotzdem hatte ich jetzt nach der ganzen Zeit wirklich das Bedürfnis, nochmal mich bei speziellen Paaren dafür zu bedanken, dass sie mit uns schon eine so lange Zeit auch durch Bedingungen gegangen sind, die natürlich nicht immer optimal sein können. Wir haben wirklich ein Rundum-Programm, es ist für alle was dabei. Und ja, ich denke immer, die Leute werden einen kurzweiligen Abend fahren. Liebe Tanzfreunde, liebe Skylancers, nochmal ein großes Dankeschön dafür, dass wir das, was hier im Hintergrund gerade noch so schön läuft, wieder machen können mit euch. Ihr habt das möglich gemacht und wir versprechen euch, dass wir noch viele freudige Erlebnisse mit euch haben werden bei Bällen, in Tanzkursen und bei allem, was uns sonst noch einfällt. Bleibt mir schön.